Okay, naja, die Zuschauer sind minderjährig, ne? Scheiße. Oh, shit. Jetzt muss ich so eine ab 18... Oh, maaaannn! Hiiiiho, meine Kamikaze und herzlich willkommen zu einer simplen, rundesten Hostbleef auf dem Multikypsilver mit der weiße, liebe LovelyPotato. Oh, hiiii. Naie Nudeln? Naie Nudeln? Naie Nudeln? Ja, ähm, hab ich den auch mal mit dem Masseil rausgerufen, der ist auch relativ aktiv auf meinem Teamspeak und, ja, seine Audioqualität fand ich auch ganz cool, also, hab ich ihn einfach mal eingeladen und du hast mich rausgefordert, hab ich eben gesehen, ne? Äh, nee, noch nicht, doch, hab ich, glaub ich schon. Doch, warte. Arena, so nochmal. Danke. Okay, gut, das sind, glaub ich, fünf Runden, die wir jetzt machen, aber ich denk, wir hängen noch ne Runde dran, auf jeden Fall. Mal gucken, ne? Okay, ich hab mir, ich hab mir, ich hab heute gar nicht Minecraft gespielt. Okay. Du gehst also defensiv. Versöhnung für einer. Oh mein Gott. Nein! Ja! Yes! Erste Runde. Oh, ich bin so schlecht und sowas. Geh weg. Nein! Oh! Er soll, und jetzt? Oh, Alter! Nein, jetzt kommen wir gar nicht mehr rüber. Ja. Ja, vielleicht ja, doch. Ah. Oh Gott. Schön, aber lass den... Nein! Du hast wenigstens den einen Block lassen sollen. Oh Mann! Ja, nein! Okay, lass die Stelle wenigstens, weil sonst kann man gar nicht mehr rüber. Oh Gott. Okay, ähm, Plan B. Plan B? Ähm, ja, ich muss mir noch einen überlegen, aber ich glaube, ich hab gleich einen. Okay, lass verlieren. Okay, hä, wieso hat das so einen Block abgebaut, Alter? Ist ja richtig komisch. Na, oh Mann! Yes! So easy. Das ist ruckelt voll. Nein. Komm her. Na, na. Nein! Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, nein, hä? Nein! Doch, ich hab gewonnen! Okay. Ja, du hast gewonnen. Oh Mann. Hey, ich dachte gerade so, hä, ich bin schon wieder gestorben. What? Lol. Es ist einfach reingefallen. Es hat nicht gerunkelt oder so, nein. Ich muss sagen, die Arena ist eigentlich ganz cool gebaut. Also, ist wirklich wie eine Arena. Ja, deine Mutter ist auch eine Arena. Nein! Ich bringe noch, es ist ein Loch gewesen. Der ist immer ins Loch, ey. Machen wir irgendwie, wenn es erst fünf hat oder so? Ja, es geht doch bis fünf. Nein! Oh Mann. Yes! Oh Mann, ich wollte eigentlich so einen so klaren, so hier, Trick 17 machen. Wir waren es natürlich höchst professionell und machen das direkt am Anschluss. Wo bist du? Ja, ich cutte hier auch. Ich bin, äh, hab eins und dann, ja, ich bin schon hab eins und dann wieder bei Spleef direkt, weil da nicht 3.000 Leute rumrennen. Und Spleef? Aha, da bist du. Gut, warte ich. Ja. Ich fordere dich mal raus. Wieder, wieder Arena? Ach, okay. Ich, ich glaube, ich cutte auch. Arena? Oder Pirate? Mach irgendwas, mach irgendwas, tu was. Ich mach Wonderland. Okay, gut. Warte. Das ist dann der Cut. Ich hab das Left. Okay, gut. 3, 2, 1. Jo, wir kommen wieder zurück. Da ist die nächste Runde mit dem Lovely Potato. Oh, ne zwei. Oh, Alter, mach mal F5. Oh. Du bist so richtig nah an deinem Face. Oh, okay. Oh Mann. Ich verliere wieder. Ich will das nicht spielen. Ich will das nie wieder spielen. Das ist auch ne Superjump Map unter anderem. Set mir gerade auf. Ja. Kenn ich. Ich vertraue dir nicht. Ich will mich hier mal umkommen. Hä, das ist ja heavy. Du schwebst bei mir, ne? Ja, weil ich hab nen Flyhack. Achso. Oh Mann. Mach uns Tony aus. Ich bin so ein Lackaffer, Alter. Ja. Fixer. Ja. Fixer, Mann. Wuh. Dude. Okay, gut. Mann, endlich mal wieder ne Runde. Ich finde, wir brauchen ein Gesprächsthema. Ja. Denkst du? Ja. Ich muss mich so konzentrieren. Ja, da bringt auch nicht das Gesprächsthema nichts. Ja. Ich hab die ganze Zeit nach unten gedrückt. Und du hast aber nicht getroffen, weil du in mir drin warst. Du standest die ganze Zeit mir im Weg. Ich hab dich auswesend die ganze Zeit geschlagen. Ja, ich dich auch. Wow, ich hab aber auch ein Glück, dass ich da mal reinfall direkt. Das ist aber ein schönes Glück. Mhm. Ja, ja, ja. Ich mach einfach gar nichts mehr dazu. Wie kann ich, ich baue mir meine eigenen Gräber, Löcher, irgendwas. Oh, okay, gut, komm her. So, warte. Willst du, wirst du jetzt ein Bund zwischen uns ziehen? Ja. Wer diese Linie über Schritt, stirbt. Du musst mich erst mal kriegen. Ja. Nö, geh ich halt auf deine Live-Seite. Schreib ich irgendwas hier rein. Nein. Doch. So knapp. Nein. Nein, stirb. Na. Na. Nein. Ja. Ha, yes. Okay, sowas ist nicht, sowas ist nicht meins. Ich merke schon, ich bin eher so der, ach, ich kann gar nichts Typ. Der, der ich kann gar nichts Typ. Ja, kennst du den nicht? Achso. Okay. Oh, da hinten habe ich noch gar nichts abgebaut. Ich treffe immer dich statt den scheiß Boden, ey. Das ist nervig. Das ist kaka. Aber ich glaube, ich habe jetzt den Dreh raus. Ja, okay, gut. Dann sehen wir uns zur dritten und auch letzten Runde wieder, wo der Love-Do-Pilett auch mal eine Chance hat gegen mich. Nur wieder hab eins. Dann, bis gleich. Nur wieder hab eins. Nur hab eins und das ist wieder. Willst du dann wieder die Zurück-Ansage machen? Ja, Mori. Sehr gut, dann. 3, 2, 1. Hallo und willkommen zurück. So, jetzt habe ich mir, ich glaube, ich habe mir jetzt einen Trick ausgedacht. Trick 17. Oh, das ist richtig cool damit, muss ich sagen. Voll kreativ gebaut und so. Ja, das ist der Hammer. Ich bin dafür, ich mache jetzt mal ein Selfie. Oh nein. Komm, komm. Warte, ich mache was für dich gut ist. Guck mal, es geht schön tief, schön tief nach unten. Ja, wir machen jetzt, jetzt ist Kunststunde. Ja, genau. Warte. Oh, ich bin so lustig. Also, ich habe einen Penis gewasselt und du? Ja, ich auch. Das ist jetzt so ein... Alter, das sieht eher so aus wie so ein Hammer. Ja, warte, jetzt sieht das... WTF? Das ist doch kein Thema. Nee, das ist da schief. Was ist das denn für einer? Das sieht echt komisch aus. Ja, ich finde den ganz schnieke. Ganz schnieke. Warte, ich meine, Mann, das ist smiley. Mach mal. Oh, der macht sein Werk gleich kaputt. Komm doch. Oh. Puh. Los, komm. Woher kennen wir uns eigentlich? Alter, jetzt kommt er mit der Frage. Woher kennen wir uns eigentlich? Ja, freundlich ist der Nacht. Ja, willst du nicht mal drüber nachdenken? Ich habe sie gerade gesehen. Ich habe sie gerade gesehen. Ich wäre fast in mein eigenes Loch reingelaufen. Dein eigenes Loch? Okay. In mein eigenes Loch. Boah, leck mich am Arsch, Alter. Nein. Ja, nein. Wow. Nein. Ja. Du bist auch untergefallen, oder? Ja, na, ich war so richtig knapp dran, ey. Oh, Mann, ich mag dich nicht. Ja, 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 nein. Du bist jedes Mal auf der scheiß Kante gewesen. Komm schon. Oh. Jemand ist in meinen Channel gejoint. Oh, das ist nicht so gut. Keine Ahnung, ich bin ja noch auf dem anderen Tisch. Junior jointed Channel. Shit, Alter. Jetzt sind noch andere Menschen auf der Aufnahme. Zeichner. Oh, das ist nicht so schön. Hallo, Leander. Warte mal ganz kurz, ich glaube, ich muss mich da muten. Ja, ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Ist immer noch Greg Fosson. Da ist er. Yo. Oh, Mann. Was macht er da? Das ist, als ob er sich gerade einen runterholt. Was? Gar nicht. Nein. Ich bin schüchtern. Ach so. Okay. Okay, ja, doch. Oh. Hm. 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 Ja, ist okay. Okay. Ach ja, die Zuschauer sind minderjährig, ne? Scheiße. Oh, shit. Jetzt muss ich so eine ab 18... Oh, Mann. Jetzt muss ich mal gerade sagen, jetzt muss ich eine ab 18 Sperre reinbasteln. Du musst konzentrieren. Und du machst... Ach so, du bastelst ein Loch und ich fall genau in dieses eine. Ja, komm. Komm, nein! So, ich hab... Oh, was hab ich jetzt eingestellt? Ähm. Hä? Ach so, gut. Ich hab F3 gedrückt. F3, ach so. Ja, dann kam die ganzen Statistiken. Hä? Lol, ich hab meine... Ach nee, ich hab meine Schaubel nicht weggebracht. Warte, kann man auch mit der Hand abbauen? Nee, kann man nicht, hab ich gerade auch... Doch, kann man. Oh, leck mich doch am Arsch. Was, bist du selber reingefallen? Nein, Quatsch. Ich will nie mehr. Okay, ich denke, das war auch die letzte Runde. Ich denke, ja. 10 Minuten an gefällten Material beim lieben Lovely Potato. Reicht es, denke ich. Ja, das kann ich hochladen, Alter. Die Leute werden so glücklich sein. Ja, schaut auf jeden Fall mal auf seinen Kanal vorbei. Wenn euch die Runde gefallen hat, lasst eine positive Erwartung da. Wenn es euch gefallen hat. Oder wenn ihr irgendwelche Kritik habt, kommentiert einfach mal auf das Video. Genau. Ich wünsche euch nur einen schönen Abend. Schaut bei ihm vorbei und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Und auch bei dem Kamakar vorbeigucken. Sonst kommt die Kartoffel und macht euch aus Püree. Bis dann. Subscribe or die. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.